Ich wurde permanent überwacht, per Videokamera, 24 Stunden am Tag. Zehn Tage Experiment, einen Haufen Daten wurden da erfasst, jeden Tag. Es ist mir großes Anliegen, diese wissenschaftliche, ganz konventionelle, solide Aufarbeitung dieser Fragen, die sich an diesem Phänomen anknüpfen, auch anzugehen. Ja, mein Name ist Michael Werner. Also ich habe diesen Lichtnahrungsprozess gemacht im Januar 2001. Und seitdem habe ich nichts mehr gegessen. Naja, ich bin Naturwissenschaftler und da muss man sich natürlich fragen, wie kann das sein? Wie kannst du das vor Kollegen oder in der Szene vertreten? Oder machst du dich da irgendwie zum Hampelmann oder so? Und dann, wenn wir es auch ein bisschen seriös machen, das kommt ja aus einer New-Age-Ecke, die ich auch nicht ganz durchschaue und die schon heikle Seiten auch hat. Da wird vielleicht ein hartnäckiger Materialist sagen, adieu, das war's. Aber ich kann es nicht ändern, das ist so. Ja, der Kontakt war überraschend und abrupt eigentlich. Das war vor sechs Jahren, da hat mein Sohn geheiratet. Und da kam eine alte Bekannte unserer Familie zu Besuch. Und die aß nichts mehr und war dann ein paar Tage bei uns zu Besuch. Und dann haben wir sie gefragt, was los ist. Und dann hat sie gesagt, nein, sie hat ihre Ernährung umgestellt auf Lichtnahrung. Und dann war ich völlig betroffen auch davon. Und dann hat sie erzählt von einem Buch, von Jasmo Heem. Da habe ich mir das durchgelesen. Das hat mich dann nicht sehr fasziniert. Aber es kam dann so, dass ich nach einem halben Jahr dann doch mich entschlossen habe, mich dem zuzuwenden. Und dann habe ich diesen 21-Tage-Prozess gemacht. Und seitdem lebe ich so. So wie das in dem Buch steht, klang das für mich ein bisschen heikel. Ich habe auch nicht erlebt, dass irgendwelche himmlischen Bruderschaften an mir gearbeitet haben.